Ich arbeite für die Messe München, weil ich hier die Möglichkeit habe, einen Geschäftsbereich digital mit einem spannenden Team und tollen herausfordernden den jeweiligen B2B-Branchensegmenten umzusetzen. Mein Name ist Dr. Markus Dill. Ich bin seit Januar 2017 bei der Messe München und dort Chief Digital Officer und verantwortlich für den Geschäftsbereich digital. Die Aufgaben von mir und meinem Team sind es, neue digitale Geschäftsmodelle zu identifizieren, diese umzusetzen und erfolgreich zu machen und das nicht nur am Standort München, sondern eben für alle unsere internationalen Standorte. Für unseren Kunden ist es immer eine Herausforderung, Geschäftsleute online anzusprechen und sie an das eigene Produkt zu binden. Hierzu haben wir Werbedechnologien bei uns im Einsatz, digitale Plattformen und digitale Zusatz-Services. Die Messe München als Arbeitgeber ist für mich extrem mitarbeiterorientiert. Das beginnt im Umgang der Kollegen untereinander, geht weiter zu einer betrieblichen Altersvorsorge, über eine Kantine, über ein Fitnessangebot und weitere Zusatzleistungen. Daten und Zahlen sind natürlich für uns im Geschäftsbereich digital grundlegend, aber das Spannende ist, wenn man aus Daten dann Zusammenhänge herstellen kann, die für Kunden Mehrwert bieten und einen Unterschied am Markt machen. Abonnieren, wir sch concerten, wenn man aus Daten kann, die für uns im Geschäftsbereich und garantiert werden können. Vielen Dank.